An dieser Stelle nochmal ein ganz kleines Dankeschön an Artwork Escobar, der mir diese echt verdammt tolle Juno gezeichnet hat. Außerdem an Tune, der mir ein bisschen mit dem Banner geworfen hat. Und dann war es das auch schon für dieses Video. Ciao. Ach ja, und weil es so schön war. I'm game for you.